Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu Plantas Contra Zombie und damit los. Wir sind immer noch im Nacht Level und schon mit richtig Action hier, sogar mit einem Special Level hier. Mal warten was so passiert. Hier, komm schon, mehr Pilze, mehr Zeug hier. Komm, stopp, 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 stopp. Los geht's. Macht ihn fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Was ist denn das für ein blödes Level hier? Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Stopp. Nein. Ich krieg die Krähe. Ist doch scheiße hier. Wir werden das schaffen. Nein. Mist. Komm schon, komm schon. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ja, so. Immer schön alles kaputt genommen sind hier. Die können wir gleich einsetzen. Eine Goldmünze. A dream. Ein Traum. Ähm. Schön Platz machen. Immer schön einsetzen. Kostet ja nix. Äh. Wir kommen schon. Hier haben wir ein paar Pflanzen, die wir auch gebrauchen können. Was wir auch pflanzen können. Und nicht hier so ... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon. Nein, 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 nein. Okay, kaputt. Scheiße. Scheiße, jetzt muss man hier mal ein bisschen was einsetzen. Das ist doch gut. So, hier hinten hin. Oh, anscheinend, also ich kann noch nichts hier pflanzen, aber wie es scheint, werde ich hier irgendwann mal wieder was pflanzen können. Das freut mich doch. Ja, ein bisschen was kaputt angehört. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Mist. Ich habe ja hier einen Vorkämpfer. Ich bin eine Pflanze. Oh, ich tue so, als ob ich eine Pflanze wäre. Yeah, und der Disco-Anführer ist schon tot. Ja, mein Jo. Oh, komm, komm, komm. Komm, meiner Stärke. Yeah. Yeah. Like a boss. Mal hier oben noch was hin. Alles zerstören hier. Oh, gleich kommt eine Welle. Das ist die perfekte Welle. Münzen. Münzen. Irgendwie so diese Musik hier ist schon sehr action-lastig bei diesen Sonderleveln. Oh, yeah, jetzt ist es kaputt hier oben. Jetzt gucken wir mal wieder. Ach, du Scheiße. Ja, frisst das. Mein Zombie. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Yeah. Sehr effektiv. Möchtest du sagen, sehr effektiv. Und hier mal mit in die... Boom. Untergang. Das nenne ich mal. Das nenne ich mal eine schöne Explosion. Eigentlich kann man auch hier wieder... Yvette. Wann sind es jetzt wahrscheinlich recht wenig bringt. Brains. I love Brains. Eigentlich noch viel cooler wäre es, wenn die so T-Shirts an hätten, wo hier so... Ja, I love New York. Like, Lord, draufsteht. I love Brains. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Komm, mach sie platt. Unsere Zombies. Mach sie alle platt. Mach sie alle platt. Komm schon. Yeah, das Good Zombie ist tot. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, ich bin ein bisschen heiser. Tut mir leid. Ich versuch's zu unterdrücken, mich zu räuspern. Ich entschuldige mich. Nein. Geh kacken. Siehst du auch an? Du musst mal ganz dringend. Hier kommen... Untergang. Und das ist natürlich der einzige Überlebende dieser nuklearen Explosion hier. Das ist... Oh, aber am Anfang dachte ich, ich weiß nicht, dass dieses Level hier doch noch so gut ausgeht. Ich muss schon sagen, da hatte ich doch so meine Zweifel. Komm schon, geh kaputt. Geh kaputt. Entweder man hat gar keine Chance, die kaputt zu kriegen, auf normale Art und Weise. Man kann die nur so mit Kaboom kaputt machen. Ist echt? Das geht nicht. So, hier. Erstmal ein bisschen rankommen lassen. Komm. Der schmeckt gut, der Pilz. Ja, was? Yeah. Hier, komm. Mach die Erde kaputt. Swoosh. Bestimmt. Pfennigfuchsererfolg. Oh yeah. Was auch immer der Pfennigfuchsererfolg ist. So, und jetzt haben wir hier noch ganz viel Zeug. Mal ein bisschen was setzen. So. Pum, 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 pum. Stroid. Dream. Und jetzt hier sowas mitten in die Menge. Und, und, und. Huuu. Also, der Untergangpilz. Der rockt. Aber sowas von. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Seerose. Warum brauchen wir denn eine Seerose? Wir haben doch überall, überall Land. Land. Oh, nein. Endlich. Sieht aus, als hätten die Zombies genug von deinem Vorgarten. Ach, ne, äh. Entschuldigung. Sieht aus, als hätten die Zombies genug von deinem Vorgarten. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. Ja, sehr schade. Oh, hier mit richtig Leitern, das ist... Oh, krass. Krass. So, was nehmen wir denn da? Pilze kann man nicht benutzen. Wir brauchen auf jeden Fall die, die, die... und die von mir aus noch. Nehmen wir noch die normalen Mitte. Los geht's. Pflanzen. Pflanzen. So, wie immer, erstmal Energie sammeln und wappnen. Für den Angriff. Aber ich freu mich. Ich freu mich, dass wir jetzt endlich hier im normalen Garten sind. Das einzige Level, was ich schon vorher kannte. Also nicht Level, sondern... Naja, wie sagt man dazu? Episode? Ne. Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Sonne, Sonne. Können wir auch schon mal anfangen, hier was zu pflanzen. Sonne, Sonne, komm, Sonne. Hier noch mehr davon. Ich will mehr. Brains. So. Boom. Die Geräusche immer noch so herrlich. Und hier auch dieser, dieser... Boah. Das ist eine Engine. Diese Wassereffekte. Unglaublich. So, mehr davon. Mehr davon. Mehr davon. Ich will mehr. Yeah. Oh oh. Da kommen sie schon. Die bösen Hütchen-Zombies. Na. Das wollte ich gar nicht. Komm schon. Den wirst du doch wohl noch kaputt kriegen, hier. Komm. Mach den kaputt. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Da hab ich mich aber verkalkuliert. Boing, 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 boing. Sonne, Sonne, Sonne. Guck mal, die eigentlich auch hier. Ist etwas unlogisch für mich, aber... Na gut. Wollen wir es ihm mal durchgehen lassen. So, das da. Ich weiß, der ist nicht gut geschützt. Wir müssen noch irgendwas da hinpflanzen. Mehr irgendwie. Hier noch so einen. Oh da, Zombie, da. Und... Wunderschön. Wir haben wieder... Oh. Geht doch. Wieder nur ein Level hier. Das heißt, so eine allzu große Verteidigung kriegen wir... Kriegen wir gar nicht hin. Da können wir ja mal noch ein bisschen was machen. Oh. Da waren aber nur welche abgebildet. Oh ne Helm. In der Gummi-Ente. Das weiß ich ganz genau. Und scheint zählt das dann für alle. Wenn da welche mit Helm sind. Können alle möglichen mit Helm kommen. Oh mein Gott. Das erste Mal, dass sie eine Walnuss zerstört haben. Das ist aber nicht schön. Also so ein Eis kriegt das hin. So ein Hühnchen-Zombie zu besiegen. Oh oh. Gleich kommt die Welle. Gleich kommt die Welle. Das wird die perfekte Welle. Ich will noch so einen haben. Aber das ist echt nervig, dass die so ewig lange brauchen. Zum Aufladen. Oh mein Gott. Die haben sich versteckt. Die ganze Zeit. Ich wusste es. Diese Ganoven. Die ganze Zeit haben die sich da versteckt. Na komm. Bisschen mehr Powern hier. So. Zack. Nein. Macht sie kaputt. Dürfen nicht. Bis zu meinen Pflanzies kommen. Nein. Das ist verboten. Verboten. Ja. Kommt schon. Mann. Warum hat er noch alles? Das ist doch zum kurzen. Hier. Noch so einen. Mach den mal kaputt. Was soll denn das? Was soll denn das? Mach den kaputt. Los. Gleich ist er. Gleich. Oh. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Der schaut ja grimmig. Du kommst hier nicht durch. Matsche Kürbis. Ich zermatsche dich. Yo. Ich zermatsche dich. Nächstes Level. Was haben wir denn da? Wieder böse. Böse. Football Zombies. Einmal Zombies. Ach du Scheiße. Das wird ja Hardcore. Dann nehmen wir die. 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 Und die. Los geht's. Zack. Der Standard Beginn hier. Yeah. Nein. Mehr davon. Jetzt habe ich wegen euch hier einen total blöden Ohrwurm. In den toten Hosen. Ich will mehr. Das Lied heißt nicht so. Fällt gar nicht ein wie das heißt. Mehr Sonne. Mehr Zombies. Mehr Kartoffelminen. Aber vor allem. Mehr Sonne. Doink. 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 Können wir so langsam auch mal hier wieder anfangen. Diesmal mal zwei Wellen. Diesmal mal mehr Zeit was aufzubauen hier. Ist doch schön. Ich werde auch auf jeden Fall die Folgen so machen, dass ich hier bei Pflanzen gegen Zombies immer aufhöre, wenn Level vorbei ist. Also das jetzt so auseinander zu reißen, möchte ich nicht machen. Zumindest nicht, wenn es sich hier so anbietet. Die. Nun ja. Wenn es solche Begrenzungen schon gibt, dann möchte ich die auch nutzen. Dann mach's mal so. So. Destroid. Mehr Sonne. Blum blum blum. Blum blum. Zack. Zack. Ich brauche deutlich mehr Sonne. Komm schon. Das wird aber knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Oh doch. Das schaffe ich. Oh yeah. So, du kriegst hier noch was zum Knabbern. Voll die Knabberlmischung. Nussmischung. Nussmischung mit Erdnüsse. Aber Erdnüsse sind noch gar keine Nüsse. Ja, es ist mir egal. Es ist mir egal. Und ich weiß es. Und gerade weil ich es weiß, ist es mir egal. Oh nein. Oh nein. Nicht meine Zeit. Oh. Was ist das? Was ist das? Mini-Spiele freigeschaltet. Spiel sie vom Hauptmenü aus. Yeah, das werden wir tun in der nächsten Folge. Von Pflanzen gegen Zombies. Diesmal wirklich. Jetzt kommen wir es ja auch. Hier. Bitte schön. So, mal ein bisschen hier. Oh, wir haben schon so viel Sonnenlicht. Zack. Kaboom. Noch einen davon. Noch mehr davon. Yeah. Von allem mehr. Gib mir alles mehr. I wanna everything mehr. Da geht Don de Knie. Der Topper geht doch in die Knie. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Gleich wird die Musik groovy. Yeah. 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 Der Zombie-Remix. Yeah. Yeah. Aber diese Welle. Ist das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, falls du durchkommst. Ich mach dich platt, Alter. Ich mach dich platt. Kannst du wissen, kommst du nicht durch. Der hätte dir so passen, kommst du nicht durch. Eine Goldmünze. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel dieser zülzige Slot gekostet hat. So langsam haben wir ja eine ordentliche Auswahl von Pflanzen. Das heißt, ein zülziger Slot, der hätte schon was. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, den einen Helm-Zombie platt zu machen. Aber den zweiten schaffen wir jetzt nicht, weil der andere hat den ersten gedeckt. Das ist... Die werden schlau hier. Das geht doch mal gar nicht. Das geht doch mal gar nicht. Nein, das geht nicht. Ey, was willst du hier? Ja, du... Ich sag doch, du kommst hier nicht rein. Ach ja, die sind schon trollig. Können hier mal noch ein bisschen mehr machen. Because we can do it. Wir haben so viele Sonder. Oh mein Gott, 1275. Unglaublich. Unglaublich ist das. Also, wie gesagt, wir haben halt so viel Geld, wir könnten das jetzt auch alles mit blauem Zug pflastern. Aber wir haben ja vor einiger Zeit dieses Lexikon mal durchgelesen. Und dem war ja eigentlich... Oh, was ist das? Diamond! Diamond! Sind wir hier in Minecraft, oder was? Diamond! Everyone loves Diamonds! Ah, irgendwie manche haben die Zunge rausstrecken. Also hier so, was ich gesagt habe, hier mit so gleiche Texturen. Das nehme ich zurück. Das ist voll die... Oh mein Gott, es sind viele, aber schwache. Ich mache euch alle platt. Wir können eigentlich hier noch ein bisschen vollpflastern. Zack. Ja, ja, ja. So ein süßes, süßes Walnusschen. Ja, ja, ja. Und dann hände ich so, kommst du nicht rein. Das sieht... Echt kleiner Kontrast. Eine riesige Welle. Kommt die jetzt hier so Welle? Nein, verdammt. Jetzt konnte ich kein Müsschen bauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich mache euch trotzdem fertig. Komm, Müsschen. Yeah! Das ist unbesiegbar hier. Unbesiegbar ist das. Boah, über 2000 Sonnenenergie. Solar for the win. Allgemeine Fress-Räuche. Mein Gott, die machen ja alles kaputt. Geht das auch nach hinten. Ne. Schade. Ich dachte. Hätte er klappen können. Ich bin ganz traurig. Aber... Alles kein Problem hier. Alles kein Problem. Ohohoho. Triple Shooter. Triple Nator verschießt Erbsen in drei Reihen. Und mit dem Triple Nator verabschiede ich mich. Diese Folge war mal etwas länger als die 20 Minuten. Na, wir hatten ja glaube ich auch schon einige, die da ein bisschen drunter waren. Und ich will jetzt auch nicht mehr lange quatschen. Bis zum nächsten Mal. Bei Pflanzen gegen Zombies Minispiele.